Wir hatten bei unserem ersten Missbrauchspodcast sozusagen darüber gesprochen. Es hat ja zurzeit als Ratzinger in, ich glaube, München noch, da der Chef war von der Erzdiözese München, heißt die nicht München, sondern Freising, da hat er sich ja bereit erklärt, einen pädophilen Priester aufzunehmen. Und der sollte eigentlich eine Therapie machen, ist dann aber gleich wieder, ich glaube, auch mit Jugendlichen eingesetzt worden. Und als das jetzt irgendwann vor ein paar Wochen rauskam, da hat das Bistum ja gesagt, ja, der Ratzinger, also der jetzige Papst, wusste gar nichts davon, sondern das geht alles zulasten eines ehemaligen Generalvikars. Man hatte also damals schon so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Typ jetzt als Bauernopfer dort vorgeschoben wird, um den Papst zu entlassen. Und siehe da, was schreibt der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe? Der frühere Generalvikar Gruber wurde offenbar gedrängt, die Verantwortung in der Affäre, um den pädophilen Priester Peter H. zu übernehmen. Vertraute Grubers schilderten dem Spiegel, er solle als Sündenbock für den Papst herhalten. Nach Informationen des Spiegel hat die zentrale Behörde des Erzbischofs Gruber offenbar gedrängt, die alleinige Schuld für die Versäumnisse der Kirche zu übernehmen. Und als die Affäre im März aufflog, sei er am Telefon eindringlich gebeten worden, in Anführungszeichen gebeten, die volle Verantwortung zu übernehmen. Er habe eine fertig formulierte Stellungnahme zugefaxt bekommen. Willkommen